Ja, verehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Neolithikum. Der geografische Raum wird weit gesteckt sein, deswegen ist es nicht nur Europa, sondern auch Nordafrika und Westasien. Und die erste Sitzung dient traditionellerweise immer dazu, dass ich ein bisschen den Begriff des Neolithikums einführe. Es wird zunächst mal darum gehen, wie sich überhaupt die Vorstellung eines epochalen Wechsels am Beginn von Ackerbau, Viehzucht und selbsthafter Lebensweise bei uns in der abendländischen Vorstellung durchsetzt. Ich werde diesen Text weitgehend vorlesen. Wie kaum ein anderer Wandel in der menschlichen Kulturgeschichte hat der Wechsel von der jägerisch-sammlerischen hin zur bäuerlichen Lebensweise in den abendländischen Mythen seinen Niederschlag gefunden. Die kollektive Erinnerung an diese Ereignisse des Überganges scheint in Gesellschaften, welche eine solche Entwicklung genommen haben, derartiv eingesunken zu sein, dass nach ihren Schöpfungsmythen überhaupt keine andere Entwicklungsrichtung mehr vorstellbar ist. Jan Aßmann prägte den Satz, dass Vergangenheit nicht von selbst entstehe, sondern das Ergebnis einer kulturellen Konstruktion und Repräsentation sei, die immer wieder von spezifischen Motiven, Erwartungen, Hoffnungen, Zielen geleitet und von dem Bezugsrahmen einer Gegenwart geformt werde. Für unsere Fragestellung sind insbesondere Mythen aus bäuerlich geprägten Gesellschaften relevant, welche regelhaft das Überwinden der umherschweifenden jägerischen Lebensweise als Errungenschaft würdigen. Retrospektiv wird in ihnen die jeweils gegenwärtige Art zu leben herausgestellt, indem die Abkehr von der alten, überkommenen Lebensweise hervorgehoben wird. Das einschneidende Erleben der Sesshaftwerdung und die damit verbundenen technisch-sozialen Veränderungen im menschlichen Verhalten stellen aus Sicht der bäuerlichen Gesellschaft den entscheidenden Schritt zur eigentlichen Zivilisation dar. Es ist zu vermuten, dass dieser Prozess von einer jägerisch-sammlerischen Gesellschaft ganz anders eingeschätzt wird. Nur liegen frühe Bewertungen dieses Ereignisses immer nur einseitig von Gemeinschaften vor, die diesen Wandel hin zu einer bäuerlichen, sesshaften Gesellschaft bereits vollzogen haben und naturgemäß ihren erreichten Status über den der jägerisch-sammlerischen und eben nicht-sesshaften Gemeinschaft stellen. Zwar ist die Aussage von Ennen und Jansen in ihrer Agrargeschichte zutreffend. Der Bauer sei bis 1800 in der Regel ein Mann, der nicht lesen und schreiben kann. Dennoch ist eine auf landwirtschaftlicher Produktion basierende Gesellschaft die Voraussetzungen und für bestimmte Mitglieder ihrer Gemeinschaft einen Freiraum zu schaffen, der eine Verschriftlichung ihrer geistigen Vorstellungswelt überhaupt erst möglich macht. Der unversöhnliche Gegensatz zwischen Jäger- und Bauerngesellschaften begegnet bereits in den ältesten literarischen Textdokumenten. Für die urbanen Gesellschaften des Alten Orients ist vor allem die Abgrenzung zieht nur noch allgegenwärtigen Jägern in ihrem unmittelbaren Umfeld von großer Bedeutung. Daraus leitet sich ihr Selbstverständnis als Zivilisation mit einem weit überwiegend auf Viehzucht und Ackerbau oder Gartenwirtschaft gegründeten Subsistenz ab. Deutlich wird diese Sichtweise im Gilgamesch-Epos, das zwar keine detaillierte Beschreibung des als normal empfundenen und darum nicht erzählenswerten Lebens in den von Gärten und Feldern umgebenden befestigten Siedlungen gibt, aber umso deutlichere Schilderungen des aus der Steppe stammenden Jägers Enkidu enthält. Ich ziere wörtlich aus dem Gilgamesch-Epos, Tafel 1. Er streift im Steppenland beständig umher, beständig frisst mit dem Wildehr das Gras, beständig weilt sein Fuß gegenüber der Tränke. An anderer Stelle. Aber Enkidu, der dem Steppenland entsprossen ist, er verzehrt auch mit den Gazellen das Gras, trinkt mit dem Wildehr an der Tränke, ward wohl seinem Herzen am Wasser mit dem Getier. Ihn sah die Schamkat, den Wildmenschen, den würgerischen Menschen aus dem Innern der Steppe. Und an anderer Stelle dann wiederum. Aber Enkidu, der im Gebirge daheim ist, verzehrt auch mit den Gazellen das Gras, pflegt er die Milch des Getiers zu saugen. Sie setzten ihm Speise vor, er sah genau hin. Er schaut und guckt, nicht weiß Enkidu Brot zu essen, Rauschtrank zu trinken, ward er nicht gelehrt. Und dann wieder weiter auf der zweiten Tafel. Er gleicht an Gestalt dem Gilgamesch, ist jedoch kleiner an Wuchs, aber überaus stark. Vielleicht, wo er geboren wurde, aß er die Kräuter des Frühlings, saugte immer wieder ein die Milch des Getiers. Und gegen Ende kommt dann, Nicht hat Enkidu Vater und Mutter, sein loses Haupthaar wurde niemals geschnitten. In der Steppe ist er geboren, so erzog ihn niemand. Und schließlich Humbaba, der Wächter des Zeelandwaldes, beschimpft ihn. Jetzt wieder wörtlich auf der Tafel, Tafel 3 ist es dann. Gib den Rat doch, Enkidu, du Fischsohn, der seinen Vater nicht kennt, den Schildkröten. Klein und groß, die nicht einsaugen konnten, die Milch ihrer Mutter. Zitat Ende. Nach all den gemeinsam bestandenen Abenteuern spricht Gilgamesch seinen sterbenden Gefährten dann folgendermaßen an. Und das steht auf Tafel 8. Enkidu, mein Freund, deine Mutter, die Gazelle, dein Vater, der Wildesel, haben dich gezeugt. Vier Wildesel mit ihrer Milch haben dich aufgezogen und das Getier zeigte dir alle Weidestücken. Zitat Ende. Der außerhalb der bäuerlichen Gemeinschaft lebende Enkidu wird beschrieben als jemand, der Wildpflanzen isst und die Milch wilder Tiere trinkt. Da er seine Vorfahren nicht kennt, kann jedermann ihm eine Abkunft von Wildtieren oder sogar von den Fischen andichten. Aufgrund seines Lebens im Freien verfügt er über große physische Kräfte, pflegt aber sein Äußeres nicht, ist unerzogen und muss ständig mit dem Wild, von dem er lebt, umherstreifen. Steppe und Bergland als Gegenpole zur befestigten Stadt sind seine Heimat. Wichtige kulturtypische Speisen wie aus Getreide gebackenes Brot und alkoholische Getränke kennt er nicht. Auch nach den langen in der Zivilisation verbrachten Zeit gehört er nicht zur Gemeinschaft der von Gartenbau und Zuchttieren lebenden Gemeinschaft des Stadtstaates. Erst wenn man sich auf Vorfahren berufen kann, die selbst schon in der kultivierten Umwelt aufgewachsen sind, gehört man dazu. Noch im späten dritten Jahrtausend vor Christus, die Zeit, in die wahrscheinlich die Abfassung des Gegermisch-Epos zurückreicht, spielt im Alten Orient der Gegensatz zwischen Jägern und Sammlern sowie Ackerbauern und Viehzüchtern eine entscheidende Rolle in der Eigencharakterisierung zumindest der sesshaften bäuerlichen Bevölkerung. Bereits im Pentateuch scheint ein neuer Gegensatz auf, der sich primär zwischen Viehzüchtern und Ackerbauern als neu entstandenen Rivalen abspielt. Nach der Vertreibung aus dem Paradies und damit dem Ende einer mythisch verklärten Lebensweise, ohne Anstrengungen und Mühen bei der Nahrungsbeschaffung, die retrospektiv mit dem Zustand vor der Sesshaftigkeit und der Einführung der Landwirtschaft gleichgesetzt werden kann, ist die Auseinandersetzung zwischen Wildbeutern und Bauern im ersten der fünf Bücher Mose eines der wichtigsten Themen. Deutlich wird allerdings im Pentateuch die Entwicklung des Ackerbaus als Errungenschaft gekennzeichnet, die nicht von Anbedingungen da gewesen ist. Ich zitiere aus Genesis 2. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keine Menschen, der den Ackerbauten bestellte. Zitat Ende. Gegenüber den ürtümlichen, wilden Leben im Paradies, wo keine Anstrengungen auf dem Pflanzenanbau verwendet werden muss, sondern die lebensnotwendige Nahrung einfach eingesammelt wird, werden nach dem Exodus zunächst die Mühen der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweise herausgestellt. Genesis 3. So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen, und am Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja gekommen. Zitat Ende. Der im Gilgamesch-Epos dargestellte Gegensatz zwischen Jäger und Gärtner wird in der Bibel nun abgelöst von dem Konflikt zwischen Ackerbau und Viehzüchter, der als Folge der Vertreibung aus dem Paradies und der damit beginnenden landwirtschaftlich-viehzüchterischen Lebensweise unmittelbar auftritt. Ein deutlichen Reflex dieser Auseinandersetzung bietet die Geschichte der Adams Söhne Kain und Abel, die zunächst zwar den Neid auf die Anerkennung des Opfers des Ackerbauern durch Gott als Mordmotiv benennt, dessen Zwist aber viel tiefgründigere Wurzeln zu haben scheint. Hinter dem Mord des Kain an seinem Bruder Abel steht offenbar die naturbedingte Zwietracht zwischen Ackerbauer und Hirte. Denn welche Gefahr ist größer als die der ständigen Bedrohung der Saaten durch das weidende Vieh? Die aus Sicht der frühen ackerbäuerlichen Gesellschaft geschriebene Genesis benennt auch eine andere Bedrohung ihrer Subsistenz, die Dürre aufgrund ausbleibender Niederschläge. Durch extreme klimatische Ereignisse in der ökologisch hochsensiblen Zone Palästinas und den angrenzenden Gebieten kann selbst der Ackerbauer wieder zu einer umherschweifenden Lebensweise gezwungen werden. Es zeigt sich recht schnell, dass der Ackerbau zunächst viel anfälliger selbst für kleinste Veränderungen der Umwelt ist, als die aufgrund ihrer Mobilität zu flexiblen Reaktionen auf kurzfristige Klimaanänderungen fähige Viehzucht. Für die frühen Ackerbauern der biblischen Länder erscheint der Prozess der Selbsthaftwerdung damit zumindest temporär noch umkehrbar. Wieder Zitat aus der Genesis. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf Erden sein. Zitat Ende. Auch das andere Extrem der überreichen Niederschläge bis zur Überflutung des Landes wird angesprochen. Wenn auch ungleich viel seltener auftretend, bedeutet sie eine Bedrohung für Ackerbau und Viehzüchter gleichermaßen. Zunächst aber wird die Wiederkehr des Regens begrüßt, die sich bereits mit der Geburt des Noahs ankündigt. Er wird uns aufatmen lassen von der Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. So steht es in Genesis 5. Aber dann kommt mit der großen Flut die existenzielle Bedrohung, denn das gesamte Land versinkt im Wasser. Vieh und Saatgut müssen geborgen werden, damit nach dem Rückgang des Wassers wieder neues Leben beginnen kann. Nicht nur die Auseinandersetzung von Gruppen mit konkurrierenden Wirtschaftsweisen wie Ackerbau und Viehzucht, sondern auch innerhalb von Gruppen mit gleichartiger Subsistenzstrategie werden im weiteren Verlauf der Erzählung thematisiert. Bei noch immer ausreichend zur Verfügung stehendem Land kann die Konkurrenz um die wenigen tatsächlich für die Viehwirtschaft nutzbaren Flächen zu Konflikten führen. Ich zitiere wieder aus der Genesis 13. Da sagte Abraham zu Lot, zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Zitat Ende. Landknappheit und suboptimale Umweltbedingungen sind also die wachstumsbegrenzenden Faktoren der Landschaften, in denen sich die biblische Handlung abspielt. Selbsthaftigkeit und Nahrungsproduktion begünstigen das Bevölkerungswachstum, was neue Probleme schafft, die sich in inneren Konflikten äußern, aber auch Anlass boten, neue Landschaften zu erschließen und damit das Siedlungsgebiet zu vergrößern oder auch abgelegene Gebiete zu erschließen. Im Gegensatz zu Mesopotamien erscheint in Palästina eine zumindest temporäre Abkehr von der Sesshaftigkeit für die auf Ackerbau spezialisierte Bevölkerung als flexible Reaktion auf sich ändernde Umweltbedingungen möglich. Als Normalfall wird uns allerdings ein stetiger Konflikt zwischen sesshaften Ackerbauern und umherschweifenden Viehzüchtern vor Augen geführt. In historischer Perspektive scheint zumindest die grundlegende Unterscheidung zwischen einem auf Sammeln basierten Neleben im Paradies und der nachfolgenden von Ackerbau, Viehzucht, aber auch noch der jagdbestimmten Lebensweise auf. Mit der antiken Überlieferung erfährt die bei vielen Völkern belegte Sage einer paradiesischen Urzeit ewigen Friedens, ewiger Jugend und müheloser Nahrungsbeschaffung ihren literarisch festgeprägten und für den abendländischen Kulturraum traditionsbestimmenden Ausdruck. Als erster literarischer Versuch einer historischen Gliederung der menschlichen Kulturgeschichte kann die fünfgliedige Einteilung der Zeitalter bei Hesiod an der Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus angesehen werden. Auch hier wieder ein Zitat aus Ergakai Hemeria, also Werke und Tage von Hesiod. Als Goldenes schufen zuerst die Unsterblichen, die um Olympischen Hause wohnen, das Geschlecht der redenden Menschen. Diese lebten unter Kronos, der im Himmel als König herrschte, führten ihr Leben wie Götter, hatten leidlosen Sinn und blieben frei von Not und Jammer. Nicht drückte sie schlimmes Alter. Sie blieben sich immer gleich an Füßen und Händen, lebten heiter in Freuden und frei von jeglichem Übel und starben wie vom Schlaf überwand. Herrlich war ihnen alles, von selbst trug ihnen die Korn spendende Erde Frucht in Hülle und Fülle. Sie aber taten ihre Feldarbeit nach Gefallen und gemächlich und waren mit Gütern gesegnet. Zitat Ende. Der Gegensatz von Wildbeutern und frühen Ackerbauern ist für die Gesellschaft der Stadtstaaten im kleinasiatisch-ägäischen Raum der archaischen Zeit nicht mehr von Bedeutung. Die Vorzeit wird gegenüber der eigenen Gegenwart verklärt. Ohne Mühe bringt die Erde alles Notwendige von selbst hervor und die Feldarbeit dient lediglich dem Zeitvertreib. Eine deutlichere Vorstellung vom Nahrungserwerb in dieser mystischen ersten Zeit gibt uns die Schilderung Ovids, der um das Jahr Null herum in seinen Metamorphosen die grundlegende Gliederung der Zeitalter durch Hesiod wiederholt. Und in seinen Worten Es ist ein bisschen mühselig, die ins Deutsche übertragenen Hexameter aus dem Lateinischen hier dann auch zu lesen. Damit Zitat Ende der Monamorphosen. Für ihn ist es eine Zeit deutlich vor der Einführung des Ackerbaus, in der die Menschen sich durchs Sammeln von Feld- und Waldfrüchten annähern. Dann geht es aber weiter und jetzt wieder Zitat Nach ihnen schufen die Herren des Olympischen Hauses noch ein zweites Geschlecht. Ein weit geringeres Silbernis, das dem Goldenen weder an Wuchs noch an Geist gleich kam. Nein, ein Kind wuchs 100 Jahre bei der fürsorglichen Mutter auf, verspielt und ganz töricht in seinem Hause. War es dann aber erwachsen und stand in voller Jugendkraft, lebten sie nur noch kurze Zeit und litten Schmerzen durch ihren Unverstand. Sie konnten nämlich von frevlerischer Gewalt untereinander nicht lassen, wollten auch weder unsterbliche Ehren noch am heiligen Herd den seligen opfern. Wie ist die Sitte den Menschen an ihren Wohnsitzen gebietet? Zitat Ende. Eine ewige Kindheit also, aber auch die Zeit erster kriegerischer Auseinandersetzungen, die begründet, wie Waffen und ortsfeste Siedlungen in die Welt gekommen sind. Wiederum deutlicher in Bezug auf die Art der Behausung und die Grundlage des Nahrungserwerbs in diesem Zeitalter betreffend, ist die spätere Quelle. Das dann wieder Ovid aus den Metamorphosen. Zitat. Damals suchten zuerst sie Wohnungen. Wohnungen waren Höhlen dichtes Gebüsch und mit Rinde bedecktes Geäste. Same der Feldfrucht ward damals zuerst in des Ackerfelds langen Furchen versenkt und es stöhnten gedrückt vom Joche die Rinder. Zitat Ende. Deutlicher kann man es nicht sagen. Alle drei wesentlichen Elemente des Neolithikums sind hier bereits benannt. Selbsthafte Lebensweise, Ackerbau und Viehzucht. Ein weiteres Zitat. Diesmal wieder Hesiod, Werke und Tage. Vater Zeus, aber schuf ein drittes neues Geschlecht redender Menschen, ein Ehrenes, dem Silbernen ganz ungleich aus Eschen, Wild und Ungestüm. Diese vollbrachten leidvolle Werke des Ares und Freveltaten, aßen auch keine Feldfrucht, sondern hatten stahlhart trotzigen Sinn. Die Unförmigen. Dann gibt es eine kleine Auslassung und am Ende geht es dann weiter. Aus Erz aber waren ihre Waffen, Ehren auch ihre Häuser und Erz war ihr Werkstoff. Dunkles Eisen jedoch gab es noch nicht. Möglicherweise ist in diesem dritten Menschengeschlecht Hesiods eine vage Erinnerung an die Zeit vor der Einführung der Landwirtschaft zu erkennen. Sie nutzten Waffen aus Metall, hier wahrscheinlich Kupfer oder Bronze, wörtlich Chalco der Gasomto, denn Eisen war noch nicht im Bebrauch und wohnten in Siedlungen, gebaut aus festen Materialien. In der antiken Überlieferung entspricht dieses Zeitalter aber noch nicht der bayerische Zeit in unserem heutigen Sinne, denn historische Bezüge deuten darauf hin, dass damit erst das darauf folgende erste eiserne Zeitalter nach Hesiod gemeint ist. Wieder Zitat nach Hesiod. Dort, als aber die Erde auch dieses Geschlecht in der Tiefe barg, schuf der Kornide Zeus noch ein weiteres viertes auf der vielen nährenden Erde, gerechter und besser ein herrliches Geschlecht von Heron, die man Halbgötter nennt, unsere Vorgänger auf der unendlichen Erde. Schlimmer Krieg und schrecklicher Kampf tickten auch diese, die einen beim siebentorigen Theben auf kadmischer Erde im Streit um die Herden des Oedipus, die anderen aber, als sie auf Schiffen über den mächtigen Meerschlund nach Troja fuhren, wegen Helena, der Schönhaarigen. Zitat Ende. Schließlich beklagt der Autor seine eigene triste Gegenwart im fünften Zeitalter und das liest sich dann auch im Prinzip sehr, sehr tragisch. Wörtlich, Hesiod, Werke und Tage, lebte ich doch nun nicht beim fünften Geschlechte von Menschen, wäre ich zuvor gestorben oder später geboren. Jetzt nämlich ist das Geschlecht wahrlich von Eisen. Nie ruhen sie aus am Tag von Mühe und Leid und selbst bei Nacht nicht endet die Mühsal. Schlimme Sorgen werden ihnen die Götter verhängen. Zitat Ende. Robert von Ranke Grafs verbindet das Ehrengeschlecht sogar konkret mit der Gesellschaft des bronzezeitlichen Griechenlands. Die Epoche der Heronen ist für ihn gleichgesetzt mit der mykänischen Kultur und das letzte Zeitalter Hesiods beginnt mit der für Ranke Grafs offenbar noch historisch fassbaren Einwanderung der Dora. Allerdings kann man an dem strengen chronologischen Charakter der antiken Auffassung der fünf Zeitalter auch Zweifel anmelden, denn hinter der Geschichtsauffassung bei Hesiod steht nach Mähl Bei Ovid ist später keine Unterscheidung eines heroischen und zeitgenössischen eisernen Zeitalters mehr greifbar. Damit sind es bei ihm lediglich vier aufeinanderfolgende Epochen. Golden, Silbern, Ehren, wörtlich Eneapolis und schließlich Eisern. Wieder gibt er aber genauere Erklärungen, welche technischen Innovationen in diesem letzten eisernen Zeitalter erstmalig auftreten, was doch deutlich als Anzeichen für die Vorstellung von einem historisch zu verstehenden Zeitlauf gelesen werden kann. Wörtlich wieder aus den Metamorphosen. Segel gab der Schiffer den Winden dahin, die er kaum noch kennengelernt und die so lange gestanden auf hohen Berge, die Kiele, sie tanzten auf unbekannten Gewoge und den Boden, Gemeingut bisher wie die Luft und die Sonne, grenzte mit langen Reinen fortan der genaue Vermesser. Und von dem reichen Boden verlangte man nicht nur die Saat, nicht nur die geschuldete Nahrung. Man drang in der Erde Geweide, grub man hervor, dem Schlechten zum Anreiz, das schändliche Eisen ist schon getreten ans Licht und schändlicher noch als das Eisen, auch das Gold. Zitat Ende. Was wir hier vorliegen haben, ist nichts anderes als die Beschreibung der Entwicklung von Segelschifffahrt, dem Privateigentum an Landbesitz und dem Beginn des Bergbaus. Die Folgen sind die Erschließung neuer Gebiete entlang des Meeres und durch die nun weiter ausgreifende Schifffahrt die Entwicklung von exakten Methoden der Landvermessung sowie weitere neue, sich durch die intensivierte Metallnutzung bietende technische Innovationen. Wie Hans-Joachim Mähl aufzeigen konnte, sind es vor allem die Metamorphosen des Ovid, welche zu einer Tradierung des antiken Mythos im Mittelalter und Renaissance bis hin zur Romantik beigetragen haben. Bereits im archaischen Griechenland wurden also die Wurzeln für die kanonische Vorstellung von einer Gliederung der menschlichen Kulturgeschichte in Metallzeiten gelegt. Ein goldenes Zeitalter bestimmt von einer von Sammeln geprägten Subsistenz, ein silbernes Zeitalter, in dem Ackerbau und Viehzucht dominieren, ein ehrenes Zeitalter, in dem Kupfer oder Bronze als erste Metalle in Nutzung sind und schließlich zwei aufeinanderfolgende eiserne Zeitalter, wovon das letzte als die eigene Gegenwart verstanden wird. Im entscheidenden Unterschied zur sich später herausbildenden Vorstellung eines gerichteten Geschichtslaufes ist es nach der griechischen Auffassung eher die zyklische Wiederkehr der einmal für alle Ewigkeit festgesetzten Zeitalter, welche das Verhältnis zur Geschichte bestimmt. Der Lauf der Geschichte dringt nicht einer unbekannten Zukunft entgegen, sondern bewegt sich in einer Kreisbahn, die aus der Kenntnis der Vergangenheit überschaubar wird. Auch hatten die Menschen der archaischen Zeit im kleinen asiatischen Ägäischen Raum keine Vorstellung von den fundamentalen Umwälzungen am Übergang von der jägerisch-sammlerischen zur ackerbäuerlich-viehzüchterischen Lebensweise, da dieser Wandel für die antike Gegenwart anders als für die in einer ökologisch-sensiblen Zone des Mittelmeerraumes lebenden Autoren der Genesis keine Bedeutung mehr hatten. Die Auffassung von der zyklischen Wiederkehr der Zeitalter hat auch belehrenden Charakter, wenn sie durch die Überhöhung der heroischen Vergangenheit und der als mühsam und bedrückend empfundenen Gegenwart zu einem Streben nach einem besseren Leben in einem neuen Zeitalter auffordert. Verständlich wird vor diesem Hintergrund die propagandistische Huldigung eines erneut anbrechenden goldenen Zeitalters durch Virgil am Beginn der Herrschaft des Octavian Augustus, die mehr oder weniger zufällig in die Zeit des Wirkens des Jesus von Nazareth fällt. Die im europäischen Mittelalter christologisch ausgelegte Ankündigung des neuen Zeitalters durch Virgil hat wahrscheinlich maßgeblich zum Erhalt der antiken Überlieferung beigetragen, die er ansonsten verloren gegangen wäre. Anders als im antiken Griechenland hat sich im Judentum ein Geschichtsbewusstsein entwickelt, das eher linear aus der fernsten Vergangenheit über viele Stufen zur eigenen Gegenwart führt und diese Stationen als notwendige Schritte zu einer verheißenen Zukunft begreift. Wahrscheinlich erst unter orientalischem Einfluss konnte die Vorstellung von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters auch in Griechenland vordringen und sich später in der römischen Dichtung entfalten. Von Bedeutung für unsere Fragestellung ist hier nicht so sehr die kollektive Erinnerung an den in allen Teilen der alten Welt vollzogenen Übergang von der regierisch-sammlerischen zur bäuerlichen Lebensweise, sondern vielmehr deshalb der klassischen Antike nachweisbare Bemühen, die menschliche Kulturgeschichte in abgegrenzte Epochen einzuteilen und mehr noch, diese jeweils nach Metallen zu benennen. Mit der Vorstellung von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters verbindet sich aber vor allem die Idee von einem zyklischen Ablauf der Zeiten, aber auch der eschatologische Gedanke vom Anbruch einer neuen Welt. Mehr noch als die Symbolik der Metalle lässt sich diese Zyklizität in allen abendländischen Vorstellungen vom Lauf der Geschichte nachweisen, die eine zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit ihres Verlaufes postulieren. Dieser wichtige Aspekt soll später noch genauer betrachtet werden. Bezeichnenderweise konnten selbst Ansätze einer aufklärerischen Geschichtsauffassung, die bereits in der Antike, etwa im Prometheus-Mythos, der ganz ohne die Vorstellung eines goldenen Zeitalters auskommt, greifbar wird, sich nicht nachhaltig gegen die vorherrschende Vorstellung eines nach Metallen gegliederten Zeitenlaufes durchsetzen. Am radikalsten wurde diese kritisch-rationale Haltung gegenüber aller Mystik von den Sophisten vorgetragen. Auf der anderen Seite wurde die naive Vorstellung des paradiesischen Lebens im goldenen Zeitalter auch von den Komödiendichtern satirisch umgeformt und teilweise sogar ins Lächerliche gezogen. In der Folge verschwand das Bild der metallenen Zeitalter nicht etwa, sondern es wurde nur in Teilen dekonstruiert und mit rationalen Inhalten gefüllt. Am Ende dieser vielschichtigen Entwicklung steht eine vom Mythos weitgehend losgelöste, pragmatisch-historische Kulturgeschichte. Bereits bei Platon findet sich eine Verschmelzung der Sage vom goldenen Zeitalter mit dem Prometheus-Mythos. In aller Klarheit tritt uns eine historische Sicht auf die Weltzeitenlehre um die Zeitenwende in Lucrezens Lehrgedicht Dererum Natura entgegen. Ich zitiere auch daraus. Altertümliche Waffe war Hand, die Nägel und Zähne, Steine zudem und Äste zugleich, Bruchstücke des Waldes und auch Feuer und Brand, nachdem man sie hatte, erkannt kaum. Später ward dann des Eisens Kraft und des Erzes gefunden. Früher jedoch war des Erzes Gebrauch bekannt als das des Eisens. Um wie viel handlicher seine Natur und größer der Vorrat? Mit dem Erze bestellte den Grund der Erde. Mit Erze rührten sie auf des Krieges Fluten, schlugen sie weite Wunden, nahmen sie Vieh und Äcker. Denn leicht ist vor ihnen, die sie bewaffnet, alles gewichen, was wehrlos und bloß war. Dann sind allmählich hervorgetreten die Schwerter aus Eisen und die Gestalt der Erzen in Hippe verfiel der Beschimpfung. Und mit Eisen begann den Grund, sie der Erde zu brechen. Gleich ist dann geworden, gemacht, das Ringen des schwankenden Krieges. Zitat Ende. Am Anfang stand für Lucrez der Gebrauch von steinernen Werkzeugen und Waffen aus organischen Materialien. Also hochinteressant. Es ist die Zeit, in der der Gebrauch des Feuers gerade aufgekommen war. Danach kam Erz in Gebrauch, also Äs, hier wahrscheinlich wiederum in der Bedeutung von Kupfer oder Bronze, aus dem effektivere Waffen, aber auch Ackergeräte hergestellt wurden. Es ist ein Zeitalter, in dem auch Ackerbau und Viehzucht auftreten. Mit den allmählich die Bronzen im Messer ablösenden eisernen Schwertern kommt schließlich die Zeit, in der der Acker gepflügt wird. Spätestens mit Lucrez war also die Vorstellung einer Kulturgeschichtenabfolge in der Welt, die dem Drei-Perioden-System entspricht, die Aufeinanderfolge einer Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Mehr noch werden auch wichtige technische Innovationen diesen Epochen zugeordnet. Gebrauch des Feuers ab der Steinzeit, Ackerbau und Viehzucht in der Bronzezeit und das Aufkommen des Flugbaus in der Eisenzeit. Auch am Alten Orient war die Metallsymbolik zur Charakterisierung der verschiedenen Zeitalter allgemein gebräuchlich. In der auf mittelpersisch abgefassten Prophetie Brahman-Yasht sieht Zarathustra im Traum ein Baum mit vier Zweigen aus Metall in absteigender Qualität, also Golden, Silbern, Ehren und Eisern, die von Ahura Mazda als Sinnbild von vier aufeinanderfolgenden historischen Epochen gedeutet werden. Der aus sassanitischer Zeit überlieferte Text bezieht sich auf ältere Quellen, die mindestens bis ins vierte Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Strukturell vergleichbar ist einem Buch Daniel überlieferte Geschichte des Traums von Nebukadnezar, also Nebu Kuduri Usur II. von den Weltreichen. Der klare Bezug der biblischen Erzählung zu diesem neubabylonischen Herrscher verortet die Handlung im 7. Jahrhundert vor Christus. In der biblischen Überlieferung erscheint Nebukadnezar im Traum eine Riesenstatue. Also wörtlich, an diesem Standbild war das Haupt aus reinstem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Körper und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. So steht es im Buch Daniel. Ein sich vom Berg lösender Stein, welcher die Statue zerstört, wird von Daniel als Weltengericht gedeutet. Das die von den vier Metallen symbolisierten Monarchien besiegelt. In der Lesart Daniels symbolisiert allerdings das goldene Haupt der Statue die zeitgenössische Herrschaft Nebukadnezars, auf die die anderen Zeitalter erst folgen werden. Auch hier begegnet uns die Idee einer Endzeit, nach der sich die Zeiten erneuern. Die Erzählung bietet interessanterweise aber keine rückblickende Einordnung der geschichtlichen Entwicklung bis zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift, sondern einen Ausblick von der neubabylonischen Zeit in die Zukunft. Im Prinzip hier scheint also der Gedanke eines zyklischen Ablaufs der Geschichte auf. Die bis nach Indien verfolgbare Verbindung der Metalle einerseits mit Farben, andererseits mit Himmelskörpern, also hier habe ich auch eine Grafik dazu, also Gold, Sonne, Silber, dann der Mond, Erz, Jupiter und Eisen, Merkur oder Mars, offenbart auch die kosmologische Dimension der Vorstellung von den stetigen Abwechseln der Zeitalter. Danach steht jeder Poche unter der Herrschaft von Planeten, Göttern, deren Erscheinen und Verschwinden mit den astronomisch beobachtbaren Veränderungen der Gestirne in Einklang stehen. Obwohl sich der Topos vom goldenen Zeitalter in der deutschen mittelalterlichen Dichtung nicht wörtlich findet, tritt die Vorstellung vom zyklischen Ablauf der Zeitstufen und vor allem auch die Idee der Wiederkehr einer guten Zeit, zunächst im Parzival Wolframs von Eschenbachs am Beginn des 13. Jahrhunderts und später an der Wende zum 14. Jahrhundert, etwas unklarer, aber auch in der mystischen Dichtung des Meisters Eckhart auf. Eine schwache Reflexion der antiken Überlieferung vom goldenen Zeitalter findet sich sogar in der Snorri-Edda aus dem 13. Jahrhundert, aus dem Jahre 1300. Interessanterweise wird dort für das Ende des goldenen Zeitalters das Erscheinen der Frauen verantwortlich gemacht, was Gottfried Lorenz als eine Vermengung von Ovids Vorstellung vom goldenen Zeitalter mit dem biblischen Bericht von Paradies und Sündenfall ansieht. Die antike Vorstellung von Ergliederung der Zeitalter hatte sich im Mittelalter bereits so weit über Europa verbreitet, dass sie sogar im fernen Island im 14. Jahrhundert noch verständlich war. Etwa zeitgleich erfahren in Italien mit der Renaissance die antiken Texte neue Zuwendung und bilden die Grundlage einer Poetik, die ganz aus der antiken Vorstellung schöpft. Dante Alighieri macht in seiner Comedia den antiken Herold des goldenen Zeitalters Vergil zu seinem Führer durch die ersten zwei der drei Reiche einer jenseitigen Welt. Die Reise des Erzählers durch die Sphären Inferno, Purgatorio und Paradiso kann auch als Rückblick aus der historischen Gegenwart des Dichters durch die Antike bis zum Beginn der Schöpfung gelesen werden. Direkt auf die antike Überlieferung und konkret auf den Entwurf eines idealisierten Staatswesens bei Platon in seiner Atlantis bezieht sich am Anfang des 16. Jahrhunderts Thomas Morris mit seiner Utopia. In den Anmerkungen zur deutschen Übersetzung der Utopia von Kurt Woite wird er von Morris entworfene Idealstalt als kommunistisch charakterisiert. Was einen interessanten Bogen zu den Auffassungen vom Lauf der Geschichte am Ende des 19. Jahrhunderts schlägt. Zunächst aber bleibt festzuhalten, dass der Begriff selbst von seiner ursprünglichen Wortbedeutung als Nirgendland, denn nichts anderes bedeutet ja Utopia, in der Renaissance eine Wandlung erfährt und sich eine neue Vorstellung der Utopie als einer Fiktion des bestehenden Staates durchsetzt, die vor allem für die Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert bestimmt wird. Ein Beziehungsstrang zur antiken Vorstellung vom goldenen Zeitalter lässt sich möglicherweise bereits in Augustinus Decevitate Dei aufzeigen. Deutlichere Bezüge zum antiken Topos des goldenen Zeitalters begingen auch im Werk von Erasmus von Rotterdam und William Shakespeare, um hier nur einige der bekanntesten Autoren zu nennen. Benedikt Andersson hat allerdings auf die Verortung jener nicht immer ernst gemeinten Utopien und der jeweils zeitgenössischen Gesellschaft hingewiesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird der Begriff der Utopie allerdings über die bestimmte Gattung von Startschriften und Romanen hinaus auf alle illusionären und unerfüllbaren Wunschbilder ausgedehnt und erfährt damit erstmals eine negative, abschätzige Wertung. Und so ist es ja noch heute nicht. Eine Utopie ist etwas Abwertendes. In der geistigen Vorstellungswelt der Renaissance ist zunächst aber wohl noch von einer Vorstellung der Zeitalter auszugehen, der eine chronologische Dimension inne wohnt. Gleichzeitig dient die Hoffnung oder Wunschvorstellung von der Wiederkehr eines bestimmten Zeitalters als Projektionsfläche bestimmter Staatstheorien. Das auf der antiken Überlieferung fußende Gliederungsprinzip in drei oder vier Weltreiche wurde von Christoph Celarius in seiner Historia Universalis von 1702 für die noch heute gültige Periodisierung der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit übernommen, womit sich spätestens die mythologische Vorstellung der antiken Zeitalter in ein chronologisches System materialisiert hatte. Schon der Name seiner bereits im Jahre 1688 erschienenen Historia Tripartita ist bezeichnend für das von ihm geschaffene Epochensystem. Wenn sich aus dem Mittelalter keine eigenen Entwürfe zur Gliederung der menschlichen Kulturgeschichte aufzeigen lassen, so lässt doch die spätestens mit der Renaissance wieder einsetzende Hinwendung zur Antike vermuten, dass die um die Zeitenwende etablierte Ansicht von einer geschichtlichen Abfolge von Stein und dann eben Gold oder Silber und dann bronzenem und Eisenzeitalter zum geistigen Erbe zumindest einer intellektuellen Elite und des Klerus in Europa gehörte. Die aufzeigbaren Bezüge zum Topos des goldenen Zeitalters der genannten Renaissance-Autoren deuten zumindest darauf hin. Die Rezeption der Bibel führte den mittelalterlichen Menschen, den in der Genesis fixierten Bericht vom Übergang des freien Lebens im Paradies zu einer neuen, auf Ackerbau und Viehzucht gegründeten Lebensweise deutlich vor Augen. Mit der Bibelübersetzung durch Martin Luther wurde diese Vorstellung ab dem 16. Jahrhundert zum Allgemeingut auch der breiten Volksmassen. Deutlichere Vorstöße zu einer Lösung von der mythisch-kosmologischen Vorstellung über den Ablauf der Zeitalter sind ab der Aufklärung zu erkennen. Grundlage bildet auch hier zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit den antiken Texten. Ausgehend von Lucrez entwickelte zum Beispiel Giambattista Vico an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert sehr klare eigene Vorstellungen von den kulturellen Errungenschaften im Laufe der Zeiten. Zitat Dies sind die Entwicklungen der menschlichen Dinge. Erst waren die Wälder, dann die Hütten, dann die Dörfer, dann die Städte und zuletzt die Akademien. Zitat Ende. Allerdings sind es für Vico nicht vordergründig die Änderungen der Subsistenzweise, die nacheinander vier Stufen der Gesellschaft hervorgebracht haben, sondern Veränderungen im Denken der Menschen. In Johann Gottfried Herders Geschichtsauffassung begegnet im 18. Jahrhundert eine Gegenüberstellung von Kulturentwicklung mit den menschlichen Lebensaltern. In dem beispielsweise die Kulturentwicklung des alten Ägypten, der Kindheit, die des klassischen Griechenland, der Jugend und die des Römischen Reiches, den erwachsenen Alter entsprechen, bietet das Ende eines solchen Zyklus die Grundlage für das Entstehen einer neuen Zivilisation, die ihrerseits wiederum einer Entwicklung in Analogie zu den menschlichen Lebensaltern unterliegt. Gleichzeitig stellt Herder ganz im Zeitgeist der Aufklärung deutlich, die durch geografische und Umweltfaktoren bestimmten Ursachen für die Veränderung menschlicher Gesellschaften heraus. Allseits bekannt sind die von Johann Joachim Winkelmann geprägten Stilperioden, älterer, hoher, schöner Stil und die darauf zurückzuführende Einteilung der klassischen antiken Kunstgeschichte in Archaik, Klassik und Hellenismus, der letztlich auch die Vorstellung eines lebenden Organismus, der wächst, blüht und verfällt, zugrunde liegt. Auf die Bedeutung Winkelmanns für die Rezeption der Antike ist vielfach hingewiesen worden. Sein Einfluss klingt schon deutlich im Titel von Johann Wolfgang Goethes Schrift Winkelmann und sein Jahrhundert von 1805 an. Eine Dreigliederung taucht auch in der Abhandlung über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft von Adam Ferguson aus dem Jahre 1767 auf, der die aufeinanderfolgenden Gesellschaftszustände als Wildheit, Barbarei und Zivilisation charakterisierte. Man kann davon ausgehen, dass bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts praktisch der gesamte noch vorhandene Korpus der antiken Literatur aufbereitet und in geruckter Form einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Jenseits des starken Vordringens von naturwissenschaftlichen Beobachtungen in der Geschichtsauffassung ist es aber vor allem die künstlerische Auseinandersetzung mit der Antike, welche zur Tratierung der altertümlichen Vorstellungen von der Abfolge eines Stein, eingeschobenen Gold, Bronze- und Eisenzeitalters in der europäischen Geisteswelt beigetragen hat. Das Gedicht Friedrich Schüllers »Die vier Weltalter« und Friedrich Hölderlins »Natur und Kunst« oder »Saturn und Jupiter« sind Beispiele dafür. Ein von der klassischen Antike ausgehender Überlieferungsstrang steht damit gleichwertig neben den in der Einführungsliteratur zur Unfrühgeschichte oft genannten mittelalterlichen und frühneuzeitlichen fantastischen Ansichten über das Entstehen der prähistorischen Monumente und Funde. Mit dem stetigen Zuwachs an urgeschichtlichen Funden in den Sammlungen und Kuriositätenkabinetten entwickelte sich zunehmend auch das Bedürfnis, die prähistorischen Epochen in das bestehende Gliederungsschema zu integrieren. Hinzu kam während der Romantik in vielen europäischen Ländern eine verstärkte Hinwendung, auch zu den Altertümern vor der eigenen Haustür. Was lag näher, als dafür zunächst die bereits vorhandenen Epocheneinteilungen einerseits der Bibel und andererseits der antiken Tradition zu verwenden? Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist eine verstärkte Hinwendung zu den ökonomischen Aspekten der Geschichtsentwicklung festzustellen. Adam Smith verankerte die bezeichnenderweise wiederum dreistufige Abfolge vom Jägerdasein, zu dem der Viehzüchter und schließlich dem der Ackerbauern, in seiner Untersuchung zur bürgerlichen Ökonomie. Gleichzeitig konfrontierten Reiseberichte von Expeditionen in Übersee die europäische Öffentlichkeit mit Gesellschaften, die den Übergang von der jägerisch-sammlerischen zu einer ackerbäuerlich-viehzüchterischen Lebensweise noch nicht vollzogen hatten oder frühe Stadien der bürgerlichen Lebensweise vor Augen. Auffällig ist trotz einer zunehmenden Verwissenschaftlichung der Geschichtsauffassung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Verfestigung der Vorstellung eines dreigliedrigen, zyklisch wiederkehrenden Epochenlaufs. Obwohl sich das wissenschaftliche Interesse zunehmend auch auf die ökonomischen Voraussetzungen für die historische Entwicklung verlagerte, wurden diese neuen Aspekte noch ganz in das antike dreigliedrige Weltbild eingepasst. Auffälligeste Merkmal der Interpretation von geschichtlichen Abläufen während der Aufklärung ist der Vergleich mit dem Lebenszyklus in seiner stetigen Folge von Werden, Blühen und Vergehen. Selbst die antike Metallsymbolik wurde durch die aufklärerischen Stürmungen nicht etwa verdrängt, sondern vielmehr nach den wirtschaftlichen und sozialen Hintergründen für ihre Nutzung im Laufe der Epochen gesucht. Noch im Weltbild von Marx und Engels scheint der Gedanke eines zyklischen Ablaufs der Geschichte auf. Ausgehend von einer Urgesellschaft ohne soziale Unterschiede ist der Verlauf der Geschichte nach marxistischer Auffassung von Klassengegensätzen bestimmt. Die Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen Herrschenden und Beherrschten sollte jeweils in revolutionären Änderungen der Gesellschaften gipfeln, an deren Ende als erneut klassenlose Gesellschaft der Kommunismus steht. Als Ausgangs- und Endpunkt dieser Entwicklung wird eine Gesellschaft gesehen, deren Mitglieder gleichberechtigt nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zusammenleben, ohne Rangunterschiede und Privateigentum zumindest an den Produktionsmitteln. Im Versuch der praktischen Durchsetzung dieser Idee in den sozialistischen Ländern des 20. Jahrhunderts erlangte das Streben nach dem Kommunismus ja tatsächlich eine ähnliche Bedeutung wie in der Antike die Vorstellung von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters. Als Grundlage der Idee einer Entwicklung, die von einer vorstaatlichen klassenlosen Gesellschaft ausgeht, kam bereits das historische System Immanuel Kants an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert angesehen werden, nachdem die Menschen zuerst als Jäger und Sammler und dann als Ackerbauern und Viehzüchter lebten. Wohl in diesem Zusammenhang taucht spätestens auch eine Differenzierung zwischen aneignender, also jägerisch-sammlerischer, und produzierender, also ackerbäuerlich-viehzüchterischer Lebensweise auf, die ihre Grundlage in einer rein ökonomischen Betrachtung dieses historischen Übergangs am Beginn des Neolithikums hat. Geprägt war das 19. Jahrhundert danach vor allem nach einem Streben nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis auf empirischer Grundlage, was in Erfolge zu einer fundamentalen Kritik am von der Bibel und den antiken Quellen geprägten Geschichtsbild führte. Im Bewusstsein des tatsächlich sehr viel höheren Alters der Menschheit entstand eine Notwendigkeit zur Gliederung der nunmehr bedeutend längeren Kulturgeschichte. Ansatzpunkte für die Gliederung boten einerseits die Erkenntnisse der geologischen Forschung und andererseits typologische und kontextanalytische Beobachtungen an den archäologischen Funden selbst. Völlig zu Recht ist hier der Anteil der Arbeiten Christian Jürgensen Thomsens zur Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Drei-Periodensystems der Urgeschichte gewürdigt worden. Allerdings kann es nicht erstaunen, dass Christian Jürgensen Thomsen in den 1820er Jahren zu einer dreiteiligen Aufstellung der Funde im Kopenhagener Museum fand und seine Gliederung der menschlichen Kulturgeschichte nach den Werkstoffen Stein, Bronze und Eisen im Jahre 1839 auch veröffentlichte. Es wäre vielmehr verwunderlich gewesen, wenn er aufgrund seiner Beobachtungen zu einer anderen Einteilung der Urgeschichte gekommen wäre. Im Rückblick auf die Entwicklung der Vorstellung von der Gliederung der Menschheitsgeschichte von der Antike bis in das 19. Jahrhundert kann die Dreigliederung der Urgeschichte durch Thomsen jedenfalls nur als konsequent bezeichnet werden. Es bleibt allerdings sein Verdienst, die traditionelle und in der europäischen Wissenschaftsgeschichte inhärente Einteilung in Stein, Bronze und Eisenzeit mit wissenschaftlichen Argumenten basierend auf Fundkontext und typologischer Beobachtung abgesichert zu haben. Berücksichtigt man die hier dargestellte Entwicklung von der Vorstellung über den Zeitenlauf vor Thomsen, so kann die Schaffung des Dreiperiodensystems sicherlich nicht als wissenschaftliche Revolution gelten. Ausgangspunkt seiner Beschäftigung mit dem Altertum war für Thomsen zunächst Numismatik, ein Wissenschaftsfeld, das wie kein zweites eine klassische Bildung voraussetzte. Wie sehr Thomsen die antiken Quellen bei der Entwicklung seines musealen Aufstellungs- und auch historischen Gliederungssystems vor Augen hatte, wird deutlich, wenn man die ersten Seiten seines Leitfadens, die sich mit dem Umfang und der Wichtigkeit der altnordischen Literatur beschäftigen, liest. Erstens bestand für ihn über den Einfluss der klassischen Literatur auf die nordische Dichtung kein Zweifel und zweitens lässt das von ihm angestimmte Loblied auf die antiken Quellen erkennen, wie gut er damit vertraut war. Ich zitiere hier nochmal ganz kurz. Zu dieser Entwicklung der Menschheit ist besonders auf zwei Wegen gewirkt worden. Jene Unruhe des Gedankens, welche sich in ihren Wirkungen so wohltätig zeigt, verdanken wir nämlich zuerst und vornehmlich der alten klassischen Literatur, den Schriften der Griechen und Römern. Durch diese ist sie geweckt, durch diese wird sie genährt, durch diese schreitet sogar das Christentum vorwärts. Durch das Studium der griechischen und lateinischen Sprache ist die neuere Philologie entstanden. Durch die historischen Muster der klassischen Zeit hat die neuere Geschichte sich zu ihrer Vorzüglichkeit erhoben. Hierüber kann unter wissenschaftlich Gebildeten wohl nur eine Meinung sein. Nur die Kurzsichtigen schreiben den großen äußeren Rändern die Bewegung der Maschine zu, ohne das inwändige Getriebe zu bemerken. Aber mit den Überbleibseln der klassischen Literatur hat dann die neuere Zeit eine neue Art geistiger Wirksamkeit verbunden, die wohl einer älteren Wurzel entsprossen ist, sich aber allmählich zu einem neuen Baume mit anderem Stamme und anderen Früchten gebildet hat. Das Wissen der alten Zeit umfasst den Menschen, das der neueren Zeit zugleich die Natur. Das, worauf sich das Altertum besonders legte, war Mythologie, Sprache, Geschichte sowie Philosophie oder überhaupt Geschichte des Menschen. Was die jetzige Zeit hinzufügte, ist die Kenntnis der Welt mit allen ihren Teilen oder überhaupt die Geschichte der Natur. Die Letztere konnte nicht ohne die Erstere werden. Kein Laplace ohne Euclid. Aber beide haben doch in ihrer späteren Entwicklung sich so weit voneinander entfernt, dass sie als unabhängig angesehen werden können. Beide zusammen vollenden die Bildung der Menschheit. Soweit Thomsen. Damit bekennt er sich selbst, ein bestehendes System verwandt zu haben, das er durch eine Beobachtung am Fundmaterial lediglich ergänzt hat. Ganz in seinem Sinne kann man also sagen, kein Thomsen ohne Lucrez. Im Übrigen setzte genau dort die Kritik des Gegenlastes des Drei-Perioden-Systems an, wenn beispielsweise Ludwig Linden-Schmidt Thomsen vorwirft, seine kulturhistorischen Fantasien böten, Zitat, als Reflex des poetischen Dermalichts alter Tradition, manches Anziehende seien aber mit der naturgemäßen Anteilung der Dinge niemals in Einklang zu bringen. Diese oft zitierte Bemerkung ist allerdings völlig überbewertet worden, wenn man bedenkt, dass Linden-Schmidt selbst die Altertümer aus dem römisch-germanischen Zentralmuseum in seinem bereits 1858 erschienenen Katalog nach einer vergleichbaren Gliederung, nämlich in Stein, Erz und Eisenperiode sowie fränkisch-alermannische Periode gegliedert vorliegte. Ich zitiere mal hier aus dem sigmaringischen Altertümern. Indem wir eine bestimmte Bezeichnung nur derjenigen Gruppe zuteilen, deren Charakter oder Zeitbestimmung außer alle Zweifel feststeht, halten wir uns im Ganzen an die bekannte Haupteinteilung, welche nach der Vorzugsweisensverwendung des Steins, des Erzes und des Eisens zu Werkzeugen und Waffen drei große Perioden aufsteht. Und es geht weiter, sie bezeichnen in richtigem Hauptunterriss den Entwicklungsgang der gesamten menschlichen Kultur in einer Folge, über welche keine Meinungsverschiedenheit herrschen kann und um fast zugleich alle die Übergangsstufen, welche als der Gegenstand archäologischer Untersuchungen erst aus dem Tatbestand der Gräberfunde ihre Zeitfolge und Zeitbestimmung finden müssen. Zitat Ende. Wenn er auch vermeidet, größere Unterteilungen vorzunehmen, um Missgriffe bei der Gliederung des Fundstoffes zu vermeiden, so stand auch für Lindenschmidt die allgemeine Dreiteilung der menschlichen Kulturgeschichte und mehr noch, deren Ableitung aus der antiken Überlieferung zunächst noch zweifelsfrei fest. Zugegebenermaßen sind zu den publizierten Ansichten insbesondere die Frage nach dem Für und Wider einer Bronzezeit im Norden Europas betreffend widersprüchlich und nicht immer klar. Aus der Korrespondenz mit Thomsen erhält aber, dass Lindenschmidt hier der Lernende ist und sich nur allzu gern von den älteren Kollegen in Kopenhagen belehren lässt. Im Übrigen kann ich nicht erkennen, dass Lindenschmidt sich jemals vollständig von der Dreiteilung der Zeitalter vielleicht bei ihm mehr noch als bei Thomsen im antiken Sinne gelöst hätte. Selbst die Sigmaringerischen Altertümer sind geprägt von der klassischen Terminologie und operieren ganz selbstverständlich mit den Begriffen Stein, Erz und Eisenzeit. Selbst das Kapitel über die sogenannte Erzperiode kann keineswegs als Fundamentalkritik am Dreiperiodensystem Thomsens angesehen werden, wie es etwa von Eggers dargestellt wurde. Zwar spricht Lindenschmidt dem Norden die eigenständige Entwicklung von Bronzegeräten ab, lässt aber an deren Vorzeitigkeit gegenüber den Eisengeräten zumindest im Süden Europas keinen Zweifel. Nicht einmal in der Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Bund und dem Königreich Dänemark um Schleswig-Holstein 1848 bis 1851 und dann nochmal 1864 haben wir freundschaftlichen und fachlichen Verbundenheit zwischen Thomsen und Lindenschmidt etwas anhaben können. In all den Jahren gingen freundschaftliche Briefe zwischen Kopenhagen und Mainz hin und her, aus denen er hält, dass nicht nur Gipsabgüsse von wertvollen Funden getauscht wurden, sondern zwischen beiden auch ein wechselseitiger und sich gegenseitig befruchtender Austausch herrschte. Zunächst unabhängig von Thomsen waren Johann Friedrich Daniel in der Altmark und Friedrich Liesch in Mecklenburg aufgrund der Beobachtung von Grabinhalten zu ähnlichen Gliederungen der Urgeschichte gelangt. Bereits 1865 dokumentierte Liesch, wie die nochmals verschärfte Auseinandersetzung, um das Drei-Perioden-System in Folge des Kriegsgeschehen von 1864 zunehmend von nationalen Stimmen dominiert wurde. Selbstbekannte Liesch, das System bereits 1837 in einer Publikation niedergeschrieben zu haben, um sich den Vorwurf, die Einteilung der Urgeschichte in Steinbronze und Eisenzeit sei ein von der dänischen Forschung aufgezwungenes Gliederungsschema zu entziehen. Die Einzelheiten dieser Debatte sind von Eggers bereits hinreichend gewürdigt worden und müssen hier nicht wiederholt werden. Zumal sie zu der uns interessierenden Frage nach der Sicht auf den Übergang von Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht wenig beitragen. Die Debatte um die Einteilung der Urgeschichte war gänzlich auf das Gebiet der Artefakte verlegt worden und es scheint so, als wenn die zu Beginn des Jahrhunderts aufkommende ökonomische Sicht auf den Wandel der Epoche zunehmend in den Hintergrund rückte. Für unsere Betrachtung viel eher relevant als die Frage, ob das Dreiperiodensystem als seit der Antike geläufiges, in der europäischen Geistesgeschichte kulturimmanentes System darstellt oder als geniale Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts gelten kann, ist die Verwischung des entscheidenden Übergangs von einer wildbeuterischen zu einer sesshaften und auf bäuerlicher Grundlage organisierten Lebensweise, wenn innerhalb der Steinzeit keine Differenzierung zwischen beiden Zivilisationsstadien vorgesehen ist. Es bleibt etwas unklar, wann Thomsen diesen historischen Wandel sieht, denn seine Betrachtungen konzentrieren sich ja ganz auf die Sachkultur und blenden die ökonomische Tragweite der damit einhergehenden Veränderungen weitgehend aus. Also es geht um die Frage, wann der Übergang zur Sesshaftigkeit war. Auch nicht, denn wenn wir nur Stein, Bronze und Eisenseit haben, wir wissen ja, dass dieser Wandel noch während der Steinzeit stattfindet und da geht es jetzt um diese wichtige Frage. Dass der Wandel von einer jägerisch-bäuerlichen Lebensweise für Thomsen nicht vordergründig von Interesse war, mag daran liegen, dass dieser Übergang in Skandinavien vergleichsweise spät eintrat und keineswegs so folgenreich spürbar war wie in vielen anderen Teilen der alten Welt. Entscheidende Fortschritte zur Loslösung von der antiken Lehre der drei Zeitalter und überhaupt die Erkenntnis eines bedeutenden kulturhistorischen Einschnittes noch während der Steinzeit gelangen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1865 legte der enge Vertraute und Forschungsassistent Charles Darwins, John Lubbock, mit dem Prehistoric Times sein Debüt als Wissenschaftsautor vor. Auf ihn geht die Unterteilung der Steinzeit in eine Epoche des geschlagenen und des geschliffenen Steins und auch die Schöpfung der Begriffe Paleolithicum, also Old Stone Age, und Neolithicum, also New Stone Age, zurück. Die Inspiration ging auch in diesem Falle von Dänemark aus, wo Lubbock nicht nur das Nationalmuseum besuchte, sondern auch einige Köckenmördinger besichtigen konnte. Damals tobte gerade der berühmte Streit zwischen Worsi und Steenstrup über die Entstehung der Muschelhaufen, in dessen Folge die Kommission zur Erforschung der Köckenmördinger, also Küchenhügel, nicht Abfallhügel, Kitchen Mittens auch auf Englisch, welche dann 1851 ihren ersten Ergebnisse vorlegte. Nachdem Boucher de Perth und Charles Lyell das vorsintutliche Alter des Menschen erwiesen hatten, war der Weg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts frei für eine an der Stratigraphie orientierte, detaillierte Untergliederung der Steinzeit. Die herausragende Forscherpersönlichkeit dieser Zeit war Gabriel de Mortier, welcher mit seiner Klassifikation chronologique bereits 1869 ein umfassendes System zur Gliederung der Steinzeit vorlegte. Grundlage dieser Einteilung waren Artefakttypen, die er ähnlich wie zuvor bereits Eduard Lartet für die Paläontologie als Leitfossilien für eine bestimmte Epoche ansah. Wegweisend waren seine Beobachtungen anhand von stratigraphischen Aufschlüssen, wonach zuerst Kerngeräte, dann Abschlagsgeräte und schließlich Klingengeräte auftreten. Mortier benannte jeweils zusammengehörige Inventare nach den Fundorten, an denen sie vorkommen, wobei er vor allem auf die Ergebnisse der Grabung Lartes im Abril-le-Moustier, der Höhle von Aurignac und in La Madeleine zurückgreifen konnte. In seiner letzten wissenschaftlichen Arbeit sprach er im Zusammenhang mit dem Neolithikum von der größten bekannten sozialen Revolution. Seine Gedanken über den Übergang vom Paläolithikum zum Neolithikum sind auch sonst bemerkenswert und gegenüber allen Vorläufern in der Altertumsforschung höchst modern. Diese Modernität offenbart sich in einer radikalen Lösung von allen kulturhistorisch gewachsenen Stadienmodellen der menschlichen Kulturgeschichte, indem er eine rein auf empirisch erhobenen Fakten begründete Betrachtung in die historische Wissenschaft einführte. Zunächst erkannte er, dass der allmähliche Übergang des eiszeitlichen Klimas hin zu Bedingungen ähnlich wie sie heute herrschen, erst die Voraussetzungen für die Entfaltung einer neuen geistigen und materiellen Kultur bildete. Als Ausdruck der tiefgreifenden intellektuellen und damit auch sozialen und religiösen Veränderungen am Beginn des Neolithikums wertete er den respektvollen Umgang mit den Verstorbenen, der Rückschlüsse auf den grundlegenden Wandel im Denken der menschlichen Gemeinschaften zulässt. Gleichzeitig lasse die Bestattung der Toten auf ein tiefer gehendes Verständnis für Hygiene schließen, die von Mortier benutzte Terminologie kann als Spiegel seiner weltanschaulichen Überzeugungen genommen werden und wird erst vor dem Hintergrund seiner politischen Aktivitäten während der Februarrevolution von 1848 recht verständlich. An den Ereignissen nimmt er aktiv teil, indem er sich unter anderem in politischen Zeitschriften zu sozialen Fragen äußert. Er greift Partei für den sich um Louis-Charles de l'Esclus herausbildenden Kreis der Demokrat-Sozialist und verhilft Alexandre Ledru-Rolland, einem der schärfsten Gegner zunächst der Regierung Louis-Philipps und später unterliegender Wahlgegner von Napoleon III. zur Flucht ins Exil. In seiner eigenen Verhaftung wegen Anstiftung zum Aufruhr durch Schrift zu entgehen, weilt er von 1849 bis zu seiner Amnestierung 1863 in der Schweiz und im liberalen Herzogtum Savoyen. Vor diesem politischen Hintergrund nimmt Mortier den Menschen und seine gesellschaftliche Entwicklung auf ganz neue Weise in den Blick. Für ihn war die Frage nach der kulturellen Entwicklung des Menschen von einer grundsätzlichen und zwar politischen Bedeutung. Als charakterisierende Elemente des Neolithikums erkennt Mortier nicht etwa nur das Auftreten von geschliffenen Steinen, sondern auch von Feuersteinfeilspitzen mit Widerhaken, Perlen und Scheiben aus Muschelschalen oder Stein, die Einführung der Töpferei, wörtlich sagt er dann noch grob und handgemacht und schlecht gebrannt, die Anlage von Grabhöhlen, künstlichen Höhen und Dolmen, der ersten Pfahlbausiedlung und das erste Auftreten von domestizierten Tierarten. Damit sind alle wesentliche Innovationen, die mit der Neolithisierung zumindest im Mitteleuropa auftreten, von ihm benannt worden. Die Veränderungen gehen weit über die reine Sphäre der Artefakte hinaus und betreffen auch das Sozialverhalten der menschlichen Gemeinschaften. Für Mortier wurde dieser Innovationsschub durch Einwanderung einer neuen Bevölkerung ausgelöst und erhält sogar mehrere Einwanderungsfällen für möglich, die allerdings nicht zu einer Verdrängung der autochtonen Bevölkerung, sondern lediglich zu einer kulturellen Dominanz über sie geführt hätten. Die Ursprünge dieser Entwicklung lokalisiert Mortier völlig richtig im Osten, allerdings mit einer für sein sonst so unbestechliches Urteilsvermögen doch eher schwachen Argumentationen. Da es sich bei der Etablierung der neolithischen Wirtschaftsweise auch um einen grundlegenden Wandel in der geistigen Vorstellungswelt handelt, käme der Impuls dafür aus der orientalischen Wiege aller großen Weltreligionen wie dem Brahmanismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam, also dem Raum zwischen kleinen Asien, dem Kaukasus, Nordpersien und Tartarien. Auch damit lag er, wenn gleich auch eher intuitiv, ja nicht ganz falsch. Damit waren bereits am Ausgang des 19. Jahrhunderts alle innovativen Elemente des Neolithikums bekannt. Über die Köck-Mördinger-Kommission brach sich auch die Idee eines Mesolithikums als Zwischenstadium zwischen dem Ende der Eiszeit und dem Beginn der Etablierung von Ackerbau und Viehzucht in Europa allmählich Bahn. Nur die Lokalisierung des Ursprungs der neuartigen Wirtschaftsweise und auch die Ausbreitungsrichtung des Neolithikums blieben aufgrund einer zunächst auf die europäischen Kernländer beschränkten archäologischen Forschung zunächst noch recht vage. Der große Nachteil an dem quasi stratigraphisch angelegten Chronologiesystem Mortilliers war allerdings die Vorstellung einander sukzessive ablösende Epochen, die sich wie feste Zeitscheiben übereinanderlegen. Ähnlich wie alle anderen Kulturepochen wurde das Neolithikum als chronologisches Intervall gesehen, das sich lediglich in seinem absoluten Beginn- und Endpunkt seiner Zeit noch nicht genauer eingrenzen lässt. Lies. Analog zu einer aus prähistorischer Perspektive nahezu plötzlichen Ausbreitung von technologischen Innovationen oder religiösen Bekenntnissen in historischen Zeiträumen stellte sich auch das Neolithikum am Beginn des 20. Jahrhunderts als chronologischer Block, da der Einmal etabliert statisch bis zu seiner Ablösung durch die Bronzezeit existierte. Erst mit der klaren Vorstellung von der enormen zeitlichen Tiefe des Neolithisierungsvorganges begann sich allmählich auch die Auffassung von der sukzessiven Ausbreitung der neuen Wirtschaftsweise durchzusetzen. Dies änderte zunächst aber nichts an dem statischen Charakter der Neolithischen Zeitscheibe, die gleichsam wie ein festes Intervall zwischen dem Ende der wildböterischen Lebensweise und dem Aufkommen der Metalltechnologie gesehen wurde. Erst die stückweise Dekonstruktion dieses Epochenmodells im 20. Jahrhundert eröffnete den Blick auf den dynamischen Charakter des Neolithisierungsprozesses, der weder zwangsläufig auf die jägerisch-sammlerische Wirtschaftsweise folgt, noch in globaler Perspektive gleichmäßig auftreten muss, sondern eben höchst flexibel ist. In Teilen handelt es sich sogar um einen reversiblen Vorgang, wenn man etwa Gesellschaften in den Blick nimmt, die aufgrund von Anpassungen an sich ändernde Umweltbedingungen auf einzelne Elemente wie Sesshaftigkeit oder Ackerbau vollständig verzichten und von einer vollneolithischen Lebensweise zu einem Leben als normalisierende Hirten zurückkehren. Selbst eine Verstärkung von Jagen und Sammeln kann in solchen Zusammenhängen ohne weiteres auftreten. Fortschritte in der Erforschung der ältesten Ausprägung des Neolithikums und seiner Ausbreitung bis nach Europa erbrachten die am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts auf vielen Fundplätzen im Vorderen Orient einsetzenden Grabungen. Bereits um die Jahrhundertwende prägte der Ägyptologe James Henry Brastet den Begriff des fruchtbaren Halbmondes und beschrieb damit die Region nördlich der syrischen Wüste, also Palästina, die Levante, dann hier im Prinzip diese südöstliche Türkei, das nördliche Mesopotamien und hier bis in den Übergang zum Sargros runter zum Persischen Golf. Dieser geografische Raum zeichnet sich durch üppige Winterregen aus und bietet günstige Wachstumsbedingungen für jene Wildgetreide, die zuerst von Menschen gezüchtet wurden. Es war allerdings erst Gordon Wehrchild, welcher die Brücke zwischen den frühen Ackerbaukulturen des Nahen Ostens und Europa schlug und damit die Schlüsselstellung des östlichen Mittelmeerraumes Kleinasiens und des Balkangebietes bei der Vermittlung der neolithischen Innovationen nach Norden und Westen herausstellte. Er erkannte, dass die neolithische Entwicklung im Osten ihren Ausgang nahm und sich von dort über das Mittelmeer und Kleinasien nach Europa ausbreitete und dann hier entlang des Donaukorridors nach Mitteleuropa. Bewusst oder unbewusst entwickelt er den Gedanken Mortiers von einer größten bekannten Revolution während der Neolithisierung weiter, sodass der Begriff der neolithischen Revolution uns heute sogar als eine Schöpfung Childs erscheint. Klarer noch als bei Mortiers ist allerdings von Child der mit der Neolithisierung verbundene gesellschaftliche Wandel formuliert worden und er nutzt dafür die von Marx, Engels und ihren Vordingern eingeführte Terminologie der Ökonomie. Da sagt er wörtlich, Das eigentlich fortschrittliche in Childsdienst ist, Denken ist die Erkenntnis einer überall auf der Welt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ablaufenden technischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen. Wenn sich auch an verschiedenen Plätzen der alten Welt eine gleichartige Abfolge von Paläolithikum, Mesolithikum, Neolithikum, Bronze und Eisenzeit nachweisen lässt, ist doch keineswegs von einem gleichzeitigen Auftreten dieser Stufen auszugehen. Sicherlich hat sich dieses Wissen bei vielen Forschern bereits am Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Durch Child sind diese Gedanken aber mit den damals verfügbaren absoluten Daten untermauert worden und vor allem auch brillant formuliert worden. Er sagt dann hier, doch obgleich diese Stufen überall homotaxial sind, das heißt sich an der gleichen Stelle der zeitlichen Ordnung befinden, brauchen sie doch keineswegs überall gleichzeitig aufzutreten. So endet zum Beispiel in Ägypten die Neolithische Stufe vor 3000 vor Christus, in Neuseeland erst nach 1800 nach Christus. Die Zeitalter oder Stufen geben demgemäß auch wiederum nur Hinweise auf eine relative Chronologie. Zitat Ende. Damit war der dynamische Charakter dieses Prozesses bereits klar erkennbar geworden, wenn gleich die Betrachtungsperspektive noch weitgehend auf bestimmte Regionen und deren Diachrone Konturentwicklung verengt blieb, die sich in chronologischen Skalen oder Zeitsäulen ausdrücken ließ. Nur mit dem wesentlichen neuen Aspekt, dass diese Säulen nicht nur an verschiedenen Orten unterschiedlich schnell wuchsen, sondern sich in ihrem Wachstum selbst Phasen beschleunigten und verlangsamten Wachstums nachweisen ließen. Ab den 1920er Jahren entwickelte Childe seine Orasentheorie, nachdem die zunehmende Trockenheit am Ende der letzten Eiszeit zu einer Konzentration der Bevölkerung in den sich herausbildenden Orasen zwangsläufig zu einer Sesshaftigkeit geführt hätte. Die hohe Verdichtung der Besiedlung sei auch die Grundlage für technische Innovationen wie Viehzucht, Landbau und Bewässerungswirtschaft gewesen, die zwangsläufig für die Ernährung der Menschen notwendig wurden. Während die Oasentheorie bald darauf bereits kritisiert wurde, da regional unterschiedliche Veränderungen der Umwelt zur Herausbildung von Elementen des Neolithikums geführt hätten, blieb die ökologisch determinierte Betrachtungsweise Childs doch wegweisend für die kommenden Jahrzehnte der Neolithforschung. Als erster erkannte er auch die enge Bindung der älterneolithischen Gruppen in Europa an bestimmte Ressourcen wie etwa Salzkupfer- und Goldlagerstätten im Karpatenbecken und die Fixierung der ältesten Bandkeramik, das sieht man auf dieser Karte hier an die Lössböden. Als deutliche Gegenthese Childs Oasentheorie erscheint die Theorie der Hilly Flanks von Robert John Brightfoot, wonach die Voraussetzungen für einen frühen Ackerbau vor allem in höher gelegenen Gebieten mit ausreichenden Niederschlägen gegeben sind, in denen zunächst keine Bewässerung notwendig ist. Damit meint er vor allem die Hochflächen des Sagrosgebirges, die gleichzeitig auch ein Habitat bieten, in dem die Wildformen der frühesten Zuchttiere, Schaf und Ziege lebten. Die hügeligen Flanken des fruchtbaren Halbmoons bieten demnach die ideale Grundlage für die Entwicklung der neuartigen Wirtschaftsweise, welche erst in einem entwickelten Stadium nach Ägypten gelangt sei. Brightwood erkannte die Sesshaftwerdung des Menschen zudem als eine flexible Anpassungsreaktion an sich ändernde Umweltbedingungen in diesem ökologisch höchstsensiblen Gebiet. Aus heutiger Sicht stellt sich in der Tat vor allem der Nordrand des fruchtbaren Halbmondes als ein Gebiet dar, in dem die wichtigsten frühen Kulturgetreide wie Einkorn, Gerste, Ämmer als Wildformen natürlich vorkommen. Dieses Areal überlagert sich zudem, also hier mal die Verbreitung der wilden Getreide und dieses Areal überlagert sich zudem mit dem Verbreitungsgebiet der Wildformen von, hier sehen wir es, Wildziege, Rot und von Wildschaf. Von Olivier Orange wurde für diese Überschneidungszone auch der Begriff des goldenen Dreiecks geprägt. Zumindest für die Welt des Alten Orients und das europäische Kernland stellt dieses Gebiet in gewisser Weise die Kernzone der Entwicklung einer neolithischen Lebensweise dar, die aus einem Bündel von Innovationen besteht, welches mehr oder weniger in seiner Gesamtheit in die Nachbargebiete vermittelt wurde. Bestimmte Elemente dieses neolithischen Bündels, also Neolithic Package in Englisch, sind die Domestikation von Tieren und die Zucht von Kulturpflanzen, die Entwicklung der Reibstein-Technologie, eine damit im Zusammenhang stehende Produktion von geschliffenen Steingeräten und die Produktion von Keramikgefäßen, wobei die bewusste Herstellung von Erzeugnissen ausgebranntem Ton als Entwicklung des ältesten Kunststoffs der Kulturgeschichte gelten kann. Die Untersuchung von rezenten Jäger- und Sammlergesellschaften ermöglichte neue und weitreichende Einblicke in die Lebenswelten der Gemeinschaften vor der Einführung von Ackerbau und Viehzucht, was nicht ohne Folgen auch für die Sicht auf den Neolithisierungsprozess bleiben konnte. Insbesondere die unter dem Titel Stone Age Economics von Marshall Sachlins zusammengefassten Essays sind hier von Bedeutung. Er entwarf das Bild einer nach den Regeln des Zen lebenden Steinzeitgesellschaften, deren Bedürfnisse gering sind und ohne hohe Produktivität gedeckt werden können. Die Annahme, Jäger und Sammler seien permanente Überlebenskämpfer in einer marginalen Umwelt, basiert demnach auf ethnozentrischen Kriterien der kapitalistischen Industriegesellschaft. Bei genauerer Betrachtung der tribalen Stämme stellt man jedoch fest, dass diese eigentlich im Überfluss leben, da sie sich mit wenig zufrieden geben. Sie hätten keinen Sinn für Eigentum, weil zu viel Besitz ihnen wörtlich zur Last fallen würde, da sie ständig weiterziehen. Privateigentum und Mobilität stünden sich entgegen und seien gewisserweise ein Widerspruch. Auch Jäger und Sammler könnten bei geringer Arbeitsleistung in fruchtbaren Gebieten sehr hohe Erträge erzielen. Bestätigt wird diese Ansicht von Brian Hayden, demzufall sich aus generalisierten Jäger- und Sammlergemeinschaften in reichhaltigen Biotopen komplexe Jäger und Sammler entwickeln können. Abhängig vom Domestikationspotenzial der Pflanzen und Tiere können sich daraus unter bestimmten Voraussetzungen Ackerbauen und Viehzüchter entwickeln. Diese Argumentation war für die längste Zeit bedeutsam für die Vertreter vor allem der These der Entwicklung eines Neolithikums konkret in Mitteleuropa aus lokalen mesolithischen Wurzeln ohne eine Zuwanderung aus dem Südosten. Durch humangenetische Studien scheint diese Ansicht jedoch für die Ausbreitung der Linearbandkeramik entlang der Donau nach Mitteleuropa endgültig widerlegt worden zu sein. Unterstützt wird diese Sicht durch die Feststellung einer sehr geringen Bevölkerungsdichte der lokalen Mesolithiker. Die alteingesessenen Jäger und Sammler hätten den neu angekommenen Neolithikern aus dem Karpatenbecken also problemlos ausweichen können, zumal sie vielfältige Habitate nutzen, während die Neolithischen Gemeinschaften auf die fruchtbaren Lössböden beschränkt bleiben. So erklärt sich, dass vereinzelte mesolithische Gruppen noch bis in das vierte Jahrtausend vor Christus fortbestehen konnten. Zwischen mesolithischen und Neolithischen Gruppen sind zumindest auf der Ebene der Steingeräte Austauschbeziehungen nachweisbar. In den letzten Jahren ist insbesondere das hohe ökonomische Potenzial der vorneolithischen Gesellschaften herausgestellt worden. Durch sogenannte Low-Level-Food-Production sollen auch mobile Jäger- und Sammlergemeinschaften in einem bestimmten Ausmaß in der Lage sein, Eingriffe von nachhaltiger Tragweite in den Naturraum vorzunehmen, die zu deren Veränderungen im Hinblick auf eine ökonomische Nutzung durch den Menschen beigetragen haben. Beispiele wären zum Beispiel das Zurückdrehen der geschlossenen Wälder durch Abbrennen, in deren Folge sich bestimmte von den Menschen bevorzugte Nutzpflanzen durch die bewusste oder unbewusste Verbreitung ihrer Früchte vermehren können. So wäre etwa eine großflächige Ausbreitung der Haselnuss im Laufe des Mesolithikums in Mitteleuropa zu erklären. Für die Randgebiete der LBK, also der Linearbahnkeramik, bleibt jedoch die angekommenen Ackerbauer und Viehzüchter von Relevanz. Besonders attraktiv für die Beschreibung des stufenweisen Prozesses der Übernahme von zunächst einzelnen ideologischen Konzepten und später der gesamten produzierenden wirtschaftsweise durch mesolithische Gruppen wurde von Mareks Welle-Biel am Beispiel der Analytisierung im Ostseeraum entwickelt in drei Phasen Availability, Substitution und Consolidation. Dieses sogenannte Availability-Modell ist anwendbar auch auf andere geografische Räume am Rande der neolithischen Ökumene, wobei allerdings fast überall außerhalb den Gebieten nördlich der LBK das Mesolithikum schlecht nachgewiesen ist. Ich werde auf dieses Modell später am Laufe der Vorlesung nochmal zurückkommen. Albert J. Emmerman und Luigi Luca Cavallis Forza gingen aufgrund der Verbreitung von humangenetischen Haplotypen und den damals verfügbaren C14-Datierungen von einer radialen Ausbreitung des Neolithikums im Sinne des von ihnen geprägten Wave-of-Advanced-Modells aus. Dieses Modell funktioniert nach dem Prinzip eines ins Wasser geworfenen Steins, der konzentrische Wellen ausbildet. Interessant und erklärungsbedürftig wandern allerdings diejenigen Gebiete, in denen sich beschleunigte oder verzögerte Ausbreitungen des Neolithisierungsprozesses nachweisen ließen, was in der Folge stark zur Diskussion der Ausbreitungsdynamik in Europa beigetragen hat. Von einigen Kollegen wurde der Ausbreitungsprozess in seiner spezifischen Dynamik daraufhin auch als arrhythmisch beschrieben, so vor allem von Ghislaine und dann aufgegriffen von Wolfram Schier. Eine Erklärung für die stadiale und sprunghafte Ausbreitung des Neolithikums vom Nahen Osten über Anatolien, zunächst in die Ägäis und von dort aus in den Balkanraum, in das Karpatenbecken und Mitteleuropa boten schließlich die im Verlauf des Holozehens nachweisbaren Klimaschwankungen und deren Einfluss auf die neolithische Lebensweise in den verschiedenen biogeografischen Zonen. Eine große Rolle spielt dabei vor allen Dingen das 8.2 Kilo Kalbisi Event, auf das ich auch später noch eingehen werde. Nicht, das sind jetzt hier schon lauter Ausblicke auf den Inhalt der Vorlesung und dieses 8.2 Ereignis hilft ein Stück weit zu verstehen, warum die Ausbreitung des Neolithikums für sehr lange Zeit auf den westlichen Mittelmeerraum diese Zone hier beschränkt blieb. Die Konstruktion des Neolithikums, so kann man jetzt als historisches Fazit hier ziehen, erscheint als ein Produkt des 19. Jahrhunderts und stellt sich als Konsequenz eines bis auf das Altertum zurückreichenden Geschichtsbildes der sich in Phasen entwickelnden Zeitalter dar. Dem eigentlichen Charakter des Neolithikums steht diese Sichtweise aber in weiten Teilen entgegen, da es sich nicht um eine irgendwie klar abgegrenzte Epoche, sondern um einen dynamischen Ausbreitungsprozess von verschiedenen Innovationen handelt. Als wichtigstes Element zu nennen ist darunter die produzierende Wirtschaftsweise, welche am Beginn des Neolithisierungsprozesses zunächst auf diejenigen Gebiete geschränkt blieb, die für den Landbau besonders gut geeignet waren und ohne einen zusätzlichen Arbeitsaufwand etwa für Landgewinnung und Bewässerung bewirtschaftet werden konnten. Andere Elemente, wie etwa Keramikproduktion und Mahlsteintechnologie, fanden eine sehr viel weitere Verbreitung über die für Landwirtschaft vordergründig geeigneten Gebiete hinaus. Global betrachtet tritt zumindest die Keramikproduktion an verschiedenen Orten bereits vor der Einführung von Ackerbau und Viehzucht auf, ohne dass sich die Ökonomie der Gesellschaften verändern würde. Dass Keramikproduktion und landwirtschaftliche Lebensweise nicht zwangsläufig in einem Zusammenhang stehen müssen, bezeugen etwa die frühen keramikproduzierenden Gruppen des Ostseeraumes und in Osteuropa, auf die ich auch eingehen werde, deren Wirtschaftsweise noch sehr lange auf Jagen, Fischen und Sammeln gegründet war. Damit sollte klar geworden sein, dass einige innovative Aspekte des Neolithisierungsprozesses im Ergebnis einer ähnlich verlaufenden Gesellschaftsentwicklung zeitgleich, viel öfter aber stark zeitversetzt und nicht miteinander verbunden auftreten können. Man kann sogar behaupten, dass zeitlich versetzte Auftreten von bestimmten Innovationen sei geradezu ein Charakteristikum des Neolithisierungsprozesses, der zunächst nur den Übergang von der wildbeuterisch-sammlerischen Wirtschaftsweise zu differenzierteren Arten des Wirtschaftens auf der Grundlage von Ackerbau und Viehzucht darstellt. So treten etwa auch die Zucht von Kulturpflanzen und die Domestikation von Tieren nicht immer zwangsläufig im Zusammenhang auf, obwohl sich beide Entwicklungen wechselseitig befördern können und aus diesem Grund tatsächlich oft im Verbund auftreten. Die Bindung menschlicher Gemeinschaften an einen Ort zur Versorgung und Behütung der Kulturpflanzen beförderte weitere technologische Entwicklungen, wie beispielsweise Töpferei und Metallurgie. Der tatsächliche Gang der Kulturentwicklung lehrt uns aber, dass beide Innovationen auch losgelöst von Ackerbau und Viehzucht oder sogar der Sesshaftigkeit auftreten können. Gegenstand der historischen Wissenschaft ist die Klassifikation von vergangenen Ereignissen. Die Abgrenzung von historischen Epochen erfolgt über chronologische Einheiten, deren Inhalte sich gegeneinander abgrenzen lassen. Es fällt dabei schwer, sich von überlieferten Systemen vollkommen unabhängig in der Zeit zu bewegen, weshalb bevorzugt bereits bestehende Chronologiesysteme Verwendung finden. Als auffälligstes Merkmal der abendländischen Geistesgeschichte kann die Vorstellung von einer Dreiteilung des Geschichtsablaufes gelten, dem letztlich die vegetabile Vorstellung vom Werden, Blühen und Vergehen kultureller Einheiten zugrunde liegt. Für sich genommen verläuft aber der Prozess der Neolithisierung synkopisch zu den klassifikatorisch definierten historischen Einheiten. Die unter dem Schlagwort des Neolithischen Bündels oder Pakets zusammengefassten Innovationen erscheinen somit eher wenig geeignet, um in ihrer Gesamtheit eine Epoche zu definieren. Vielmehr stellt das Neolithikum eine Experimentierphase hin zu jener Art zu leben dar, die zumindest wir hier in der westlichen Welt als zivilisatorische Errungenschaft werten. Die Geschichte kann allerdings auch einen ganz anderen Verlauf nehmen und sie hat es auch in weiten Teilen der Welt. Der dynamische Prozess der Neolithisierung hat an verschiedenen Orten der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen und er dauert in Teilen der Welt bis heute an.